Mein Name ist Wilhelm Gerber, ich bin der Geschäftsführer der Erlebnis Bremerhaven ETH und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem diesjährigen musikalischen Höhenfeuerwerk. Eine solche Veranstaltung wie die Maktim-Tage sind nur möglich, weil es eine Vielzahl von Partnern gibt, die einen, die das Unternehmen Erlebnis Bremerhaven unterstützen. Und ich nutze die Gelegenheit, allen diesen Partnern zu danken und ich freue mich jetzt schon auf die Arbeit von der Firma Komet, was uns gleich erwartet. Und zugleich nutze ich die Gelegenheit an dieser Stelle, weil so viele hier am Deich sind, auch meinem Team von ganzem Herzen zu danken, dass diese Veranstaltungen, diese wunderbaren Tage bis heute erfolgreich verlaufen sind. Genug der Worte, ich zähle jetzt 100 bis 3 und dann wünsche ich uns allen viel Freude an diesem Höhenfeuerwerk. Drei, zwei, eins und los! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017